guten morgen wir starten zu einem neuen pinken tag was gibt es heute etwas grünes den filz liner den ihr so liebt in einem sehr sehr schönen grünen farbton ich meine jetzt mal schnell hier auf den handrücken und ich habe euch schon vor längerer zeit ein schönes video dazu gedreht ich wusste noch nicht wann werden wir ihnen präsentieren und heute ist der tag es heißt ich erzähle jetzt gar nichts drüber sondern zeige dir dieses video was ich schon vorbereitet habe mit dem grünen filz eyeliner und du wirst sehen da gibt es einen ganz tollen neuen schminktipp hast du vielleicht so noch nicht gesehen guck einfach mal rein